Willkommen zu einer neuen Folge Wildpark Weekly. Auch in dieser Woche stand wieder so einiges auf dem Programm. Wir reden über die Foodsharing-Aktion von KSC tut gut. Wir sprechen mit Marvin Wainicek über den kommenden Gegner und wir schauen beim Abschlusstraining der Mannschaft vorbei. Das alles und noch viel mehr jetzt auf KSC 360.